Dieser schicke Ford Toneo Custom Titanium als 8-Sitzer könnt ihr schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Autohaus Wiesmann. Der Euro 6 Dieselmotor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Die Schiebetüren links und rechts erleichtern den Einstieg. Hinten passen bequem 6 Personen. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze bieten viel Komfort und ein schönes Lederpolster. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Toneo schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die Klimaanlage vorne und hinten sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Navigationssystem und ein Bluetooth-Freisprecheranlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnauspreis. Auch telefonisch. Ford Toneo Custom Titanium als Bus und seine umfangreichen Ausstattung, wenn Sie viel Spass haben. Und damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.